Heute gibt's das? Ich meine, das habe ich auch. Das Auto stattdessen, der aufgehört hat, ist Adra. Na dann, das sind die Person von Jimbo. Ich weiß, was du jetzt denkst, Flosse. Das denke ich auch. Was ist ein Alien? Was? Nein. Was ist jetzt kein Alien? Naja, sie ist plötzlich super organisiert. Erste Anzeige zu einer Entführung durch Aliens. Super organisiert? Wozu hast du eigentlich dieses Schwein? Ich sortiere Bücher. Ich sortiere Bücher. Hey Mädels, ich habe gerade eure Bücher nach Gegenruf fahrt, das hier. Das war der letzte Punkt auf meiner To-Do-Liste. To-Do-Liste, die erledigt. Siehst du, Flosse, sie erledigt ihre To-Do-Liste. Das ist ein Anzeichen für eine Entführung durch Aliens. Das ist kein Anzeichen für Aliens, sondern dafür, dass ihr erwachsen wird. Aber ich fühle es gerade auf, als wäre sie gelassen. Lass uns alle noch erschrecken, eure Erklärung. Dann lieber Alien. Nein. Ich bin wohl etwas überarbeitet. Dann mach doch mal eine kleine Pause. Oh, ja. Leider, ich bin so. Wir wollen so Aliens. Okay, hättest du gerne etwas Kier? Oh, hey. Untertitelung des ZDF, 2020